Hallöchen und Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row Dessert. Gleich zu Beginn, ähm, geh ich mal kurz in den Kleiderschrank, hu, in den Kleiderschrank. Ich hab mir nämlich was gekauft. Und zwar hab ich mir das Shark Teil DLC da geholt und hab jetzt ein Haibisshut. Äh, ich, ah, ich seh, Alter, cool, ich seh den sogar. Ich find den nice. Und natürlich ne neue Waffe, aber dazu muss ich erst in den Waffenladen. Oder? Ja. Ich weiß nicht, ob die gleich verfügbar ist, aber normalerweise schon. Naja, ich geh kurz in den Waffenladen. Wenn du die hast, denkst du, ich kann sie dann aufheben? Oder hab ich die dann auch, wenn du sie hast? Äh, weiß ich nicht. Können wir mal probieren. So, ich guck mal kurz auf der Karte. Hier, Waffenladen. Tch. Du Granatensurfer, du. Och, Kackauto, ey. Okay, dahin hätt ich ja nicht auch laufen können. Ah. So. Auf Waffen im Domitiv zugreifen. Gell, das zählt ja als Schrotflinte hier. Keine Ahnung. Dünnerweise schon, aber... Ich muss das gegen meine Schrot austauschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denk ich mal. Ja, find ich auch. So, ich kann euch das gleich mal zeigen. Und zwar bespritze ich die Leute da mit so Blut. Äh, rückelt die Erde. Und dann kommt ein riesiger Hai raus. Kann ich das auch bei dir machen? Warte, ich probier das mal. Darf ich mal? Ich hab Angst, dass das viel Schaden macht. Ja, ich kann dich ja gleich wieder aufheben. Ja, gleich. Ich guck erstmal, ob ich auch das Ding haben kann. Vielleicht im Co-op halt. Ja, das wär geil. Nein, hab ich nicht. Schade. Schade, schade. Schokolade. Oh, die Waffe ist echt episch. Warte, ich will dich mal anschießen. Ich will keine Munition verschwenden. Dann, zack den Skill. Okay, los. Das prallt an dir ab, Mann. So ein Scheiß. Ich bin immun, ja. Schieß mal auf den Bürger und ich latsch mal neben dem. Schieß mal auf den, Spasti. Warte, warte, wo ist jemand? Ah. Okay, dann geht's gleich wieder Banden. Krieg. Der wieder wegrennt. Nein. Der weckst nicht auf mich. Nein. Okay, ich füll mal meine Muni wieder auf. Munition kaufen. Hm, der Preis geht sogar. So. Übernehmen. Ah, ich find die Waffe so nice. So, dann wollte ich mein Bargeld hier abheben. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal einen neuen Auftrag. Ja. Nehmen wir den. Welcher war das? Von Angel, der... Von Angel. Where are you? I see you made it to the final test. Answer my question. At the gym training. Don't move. Aber wir werden attacked, Albert. I appreciate this. Fine. Wait. Oh, toll. Jetzt haben die meinen Reifen geplättet. Ich bin gleich tot, Mann. Guck mir das Auto, ey. So. Puh. Also, manche Autos weichen aus, manche nicht. Mit, ähm. Kannst du mit der Shark-Kanonel auch... Oh, kannst du weiter mit der Shark-Kanonel auch aus dem Auto schließen? Äh, ne, ich glaub nicht. Ne, geht nicht. Das wär's gewesen. Ja. Das war wieder nur ne Nebenquest, oder? Denke ich schon. Also, die sind verzeihungst. A fucking Tiger? If you're fighting the Luchadors, you need to be ready for anything. A fucking Tiger? Don't waste a mess of me in the Meta. You master your fear. What the fuck is wrong with you? Hey, you're ready to face the thing, but the Luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Das ist jetzt schon Interesse, da so zu trainieren, so. Ja. Ein bisschen... Ja, ist so eben. Und das war jetzt die ganze Mission. Was? Ich hab mir... Sie verarschen. Also, Vandalismus bekommen wir ja irgendwie nicht hin. Ich würde sagen, machen wir hier mal... ... und der Haupt-Sorry weiter. Oh, nein. Oh, Gott. Der Typ, der nervt einfach nur. Und wenn der redet, krieg ich fast das Kotzen. I need your help, I need your help, baby. Jetzt kriegst der einen Krampf in den Ohren. Too easy. Too easy. Ach, jetzt ist der schon vor mir. Wer, ich? Ja. Nimm mal ein paar abkürzen. Vertraue niemals zu 100% dem GPS. Also, ich bin jetzt noch so ein Kilometer von unserem Ziel entfernt. Shit. Ich muss die Straßenseite wechseln. Dann kann ich dem GPS nicht vertrauen. Ich will nämlich hier runter. Toll, geht mir. Geht gar nicht. Na toll. Aber hier vielleicht. Ach komm, ich warte schon fast hier unten. Jetzt habe ich halt kein Auto mehr. Ups. Das heißt ja Wasser. Hätte ich mir denken können, wenn ich über eine Brücke fahre. Soll ich warten? Nein, nein, nein. Geh einfach rein. Ich komme sowieso nicht mehr rechtzeitig an. Okay, dann fahre ich nicht rein. Ja, das ist ja. Okay, das ist ja. Okay. Hallo. Was will der? Die Leute, dass wir die Leute beschützen. Okay. Junge, fahr mal ein bisschen Radar. Ich muss die Fahrer hier aussehen. Und ich darf dem GPS nicht vertrauen. Ich hab ne Abkürzung genommen. Und wie beschützen wir den jetzt? Lass helfen wir niemanden an den anderen. Alter. Nicht cool. Wir sollten dann mal weiterfahren. Okay. Lol. Wieso hab ich jetzt wieder meine Schrot? Nicht mehr meine Hai-Schrot? Ah, das ist nämlich so vorgegeben. Ach so, okay. Wenn ich sie danach wieder hab und ich wieder die schrot, dann hab ich nichts dagegen. Oh, okay. Welcher Idiot hat es gerade Was? Wer hat da gerade das Auto nach Luft gelegt? Ich weiß nicht Ich bin nämlich stattdessen fast gestorben So, wir haben Pumpe fressen Also, den hole ich jetzt Achso, der rennt weg Ja, ich hab den hier nicht gekriegt Der Idiot ist da Der Idiot ist ja hier drinnen gewagt Kein Wunder, dass das nicht weiter ging Ach, da ist ja nochmal jemand Hallo, du kackst Ach, der ist tot Nee, alter Jetzt ist er tot Wir sollten weiter Ah, okay Dann lass mich rein sitzen Oh, so close Alter Mann Mann Ja, haha Jetzt kommt aus Wie kann ich nochmal meine andere Granate auswählen? Mit Auf Geh Ah, okay Probier mal so eine Granate Okay Die zündet ziemlich spät Ich kümmer mich um den Sniper da oben Ich kümmer mich um den Sniper da oben Wir sollten jetzt wegfahren Okay Warte, warte, warte Simo, Mann Alter, wir verrecken jetzt wegen dem Idioten Wenn unsere Karre jetzt brennt, dann nur wegen diesem Spaß Oh Mann, so ein Idiot Der braucht dir einen Erbschnupps rein Oh, ganz ruhig fahren Ihr habt keinen Buck So, sterben Alright Alter Alter, das Das ist nicht Illegaler Handel geschafft Bargeld Und wir sind Respekt 10 Äh, 11 meine ich So Illegaler Handel Du hast mehr von der Illegalen Handel Aktivität freigeschaltet So Gut, ich hab die wieder Och, gib mir die Karre Äh, wollen wir gleich nächste Mission machen? Und sich hier noch eine tolle Karre suchen Ah, da kommt hier schon Ja, okay, kannst du mal nicht machen Ich wüsste sonst nicht, was wir sonst machen sollen Ja Ja, wir sind schon diese Mütze stecken, was? Ja, wir sind schon diese Mütze stecken, was? All I gotta do is driver That's right, I'm walking happy Ha, you'd be surprised Ich bin da Bin da Ich bin hängen geblieben an so einem Pfosten So ein Pfosten Weil wieder mal Wieso müssen wir eigentlich immer wieder zum schwulen Auto machen? Und warum? Du musst immer doofen Ja, ich schätze halt, weil ich halt Host bin Wo's so ist und äh Jetzt darf ich wieder so ein Kack-Mini-Spiel machen Äh, was ist denn ein Mini-Spiel? Ja, ich muss so die Maus an irgendeine Seite bringen Dann AHB, AH drücken Äh, ah Wer boomst denn im Auto? Ja, äh, deswegen verdunkelte Scheiben und so Ja, aber wer? Uh, jetzt hat man grad was gesehen Man sieht den Schatten Lust und Bildmaterial, Junge, Junge Okay, wir sollen den Kunden zum XXX-Kino bringen Oh Interessant Das ist bestimmt Da gibt's bestimmt Häschen-Filme Nö Unser Auto sieht aus Ja, sorry Als wär's an einer Seite etwas eingedrückt Aber nur etwas Ja, jetzt ist die andere Seite auch noch eingedrückt Gut, passt Oh, kein Paparazzi Oh, meine Zeit, ich hab grad ein Mini-Spiel machen müssen Also, guck mal, sie unsere Lust an Schmeiß den Kunden aus Was so? You're pretty good with those hands You better go before someone sees Wer muss mit denen Spaß haben? Ich... Alter, ich muss mit denen Spaß haben Ihhh Iskorte geschafft War jetzt eine schnelle Mission Ihhh Während du im Auto saßt und mit so einer komischen Äh, okay Das ist mir zu unangenehm Ich glaub, wir haben jetzt wieder eine richtige Mission Gegen, äh, von Simos Ein Bild malen Ich kann das all den Tag machen Jetzt, dass du wieder in Business bist, können wir uns auf die Morgenstelle Oh, you need to slow down, baby No time Look, come to the palace of Simo I got some here to show you What for? I've been helping you out right Humanity Fine Da! 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 Dräng mich nicht ab! Wer? Du! Ich überford' dir, wie soll ich dich abdrängen? Ja, du bist gerade so, 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 nach rechts gefahren, ich wollte dich gerade überholen Ja, rechts überholt man nicht, aber trotzdem, wir sind hier in Saints Row Haha, da darf man das Vor der Ausrede Du hast deinen Führerschenken nicht gemacht, gib's dir einfach zu Echt jetzt, mann Hab ich dich getroffen? Äh, nee Schade Aber ich bin vor dir da Ach, scheiße Ich bin auf der anderen Seite des Hauses Haha Lol Das ist eine schade, schade Schade Hahaha Ja, wir sehen uns wie wir sie wissen, dass wir das Geschäft übernehmen können Ich wusste, dass das Geld wird Das Geld beherrn Ja, du denkst auf der Poney Show? Ich bin auf der Weihnachter der Liste lange Zeit Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Lorraine and showed the Morningstar that you are here to stay. Time to relax and cut loose, baby. We'll party once the work's done. I'll call you when I make another move against the Morningstar. Schon. Was sind denn das denn mal für Missionen? Die sind so anspruchsvoll, ey. Ich verreck. Ja, genau. So, vor... Was ist denn das hier? Ah. Ah, ha, ha. Was machst denn du? Ich hab mir ne Akimbo-Knarre geholt. Akimbo-Knarre? Wie das? Glaub ich zumindest mal. Ja. Ähm, du musst dein Telefon drauf machen auf Tab und dann Verbesser... Ah, Verbesserung. Ich dachte, du hast das so gekriegt. Gleich, ich, ich. Ich hab euch dazu verhundert. Ich leg's immer Verbesserung. Wo bin ich denn jetzt hier raus, ey? Ich bin raus. Ach, hier. So, äh. Endlich jetzt mal... Warte mal kurz, ich muss meinen Sprint erhöhen. Das ist mir nämlich wichtig. Hey, ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Warum? So, du kannst dir mehr Hörer, die versuchen, uns zu töten? Don't be an Asshole. That could've happened to anybody. It's a common problem, I'm sure. Look, I gotta play to pay back the morning storm. Mind fillin' me in? Let's meet up, man, I'll tell you the details. Better be worth it. Anyway... So, so. Aua. Ich hab... Ich versteh bei dem kein Wort. Ich versteh nur... Warnung. Ja, eben, ich versteh auch kein Wort. Das einzige, was ich versteh bei dem ist, dass es Bitches. Ja, ja. Bitches! So. Bam! Ich darf voll dir da. Ha, 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 ha. Penner. Und während kein Wort hat auf die Angriff in Stillwater genommen, haben wir die Grunde genommen. Unsere Kontrollen Medien und die gute Säule für unsere Kinder haben fettigiert die Gang-Kultur und verletziert die Psychopathische Mannen in die Heroin. Nein mehr! Was ist die Stagg-Initiative? Oh mein Gott. Oh, quit being a bitch and get in the van. Okay. Jetzt kommt bei mir was. Ich glaub das war Absicht. Ich bin nackt. Ach du Scheiße. Und ich bin besoffen. Ah. Wir sind beide nackt. Aha. Sie muss nicht. Alter. Brauchst du dich auch die ganze Zeit hin? Ja. Alter. Was hat der mit uns gemacht? Was macht der mit uns? Ich kotze gleich mal. Wenn es hier vorbei ist, dann kriegt der einen Arsch. Ja. Alter, die kommen mit Penetratoren. Da war grad jemand mit einem Penetrator. Glaube ich zumindest mal. Alter. Alter. Drei Sniper auf mich. Ja warte ich komm. Wo bist du? Wo bist du? Ah hier. Bei mir! Ich hab dich doch grad wiederbelebt. Ehh. Hä, lol. Ich hab dich doch grad wiederbelebt. Ne, du musst dich eh gedrückt halten. Hab ich doch. Ah. Ok. Naja egal. Oh. Wo war's denn so? Erstmal die Kacke Sniper. Hmhm. Bierz hat das versucht. Wow. Hast du die Sniper? Ja. Ach, es fehlt ein Name. Also, ah, da ist der Letzte. Ich frag mich schon, wo ist denn der? Hallo, Junge. Okay, die Sniper sind weg. Gut. Ach, da tauschen ja immer mehr auf. Ich hab grad alle weggeratzt, dann kommen wir jetzt... Mir stellt sich gerade die Frage auf, wieso sind wir nackt? Das ist klar, halt. Also, meine Pumpgun macht jetzt schon ordentlich schaden. Hä, und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt... Ich benutze hier jetzt mal meine neue Waffe. Er wurde... Zermatscht. Ähm, warte, ich komm mal zu dir hoch. Ich bin wieder unten. Müssen wir runter? Ich geb' mich grad nicht, wo wir hin sollen. Okay, so ist es, als ob wir wieder runter müssen. Ist hier irgendwas? Ah, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Äh, ach so, es ist ja wieder... Ach, es ist ja die gleiche BDSM-Club. Irgendeine Tür geht nicht auf. Okay, ich hab's doch nicht. Zum Sicherheitscenter, wo ist es wirklich... Sicherheitscenter? Ah, Häschenfilme. What? Wie kommen wir hier runter? Was geht hier ab, man? Oh, ich hab's. Echt? Wo bist du? Ich bin drin. Ich bin drin. Ah. Ah. Ich meine, das ist... Das fühlt sich richtig an. Alles klar. Okay. Ja, wir müssen. Hier hin. Darin warten schon wieder B***hs auf uns. Ja, da bringt mein Haar gar nichts. Au. Schlampe. So. Rein da. Ich bin hier grad mit meinem nackten Arsch ins Gesicht. Ich hoffe, sie kann mir das verzeihen. Ah, wär ich mir nicht so sicher. Na ja, komm wieder her. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Jetzt bist du tot. Ah, guck dir mal an, was da in dem Käfig sitzt. Ich verstehe, dass Leute ihr Väter schrauben, aber... Das ist doch echt abwassig. Hallo? Wer tut sowas? Okay, komm. Beenden wir die Sache jetzt. Was müssen wir machen? Die Spaß, das eliminieren. Okay. Das kriegen wir hin. Was? Hä? Leute, der liegt so auf dem Boden. Äh, Battle Security. Äh, nee. Hi. Äh, hast du den Schackhänden ohne? Ja. Gott, den Spaß, die weg! Hi, Schnuppi! Love. Was ist das? Come, mein Hai! Der Typ ist tot. Keine Ahnung, lagts grad bei dir auch ein bisschen. Ja, die Explosions gerade. Okay, der Typ ist tot. Was war das? Was war das? Das sind hier weiter oder? Äh, bist du gest... Äh, was? Ne, was war das weiter? Zuwälter! Ja, noten? Okay. Wir haben 8000 Bargeld bekommen. Ein neues Domizil. Ein... Eine Festung. Schauen wir uns mal in dem Domizil um. Äh, ja, das machen wir aber im nächsten Part in... Der Wecker hat schon gekriegelt und... Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.